Herzlich Willkommen zu unserem Let's Play Rail Maze. Hochinteressant. Schieß los, Yoshi. Mit... Du hast keine Einführung. Oh, verdammt. Der gleiche Fehler wie beim letzten Mal. Hauptmenü, neues Spiel, diesmal das Labyrinth. Ja, wir haben schon ein bisschen angefangen, uns ein bisschen einzuspielen. Und wir wissen nicht, wie man es resettet. Vielleicht könnt ihr es mir ja sagen, wenn ihr auch so schöne, begeisterte Rail Maze... Er fährt in Kurven und er fährt ins Ziel. Finish! Man, 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 ist das schwer. Simpel, aber genial. Sehr. Definitiv. Definitiv. Das war etwas zu weit. Und... Du du duuut. Simpel, Puzzle. Walk in the Park. Aha. Also... Dann lass uns mal zu the park walken. Du wolltest doch hier lang fahren. Ja genau, machen wir diesmal die Labyrinth. Das geht aber nicht. Stimmt, das geht nicht. Hab ich dir das gesagt? Verdammt. Du duuut. Es kommt behindert. Ach, what? There and the back. Also wir müssen hier, oder? Andersrum. Du hast gerade start and finish verwechselt. Na und, ist doch scheißegal. Ja. Ist es. Ach, what? Tutorial 2. Klicke auf die rostige Schiene. Ui. Spannend. Spannend. Nicht so schlimm. Ja, ich weiß. Oh, what? Warum müssen die Schienen eigentlich unbedingt so rostig sein? Weil halt. Damit sie wieder clean werden können. Ist auch komisch. Wenn der Zug drüber fährt, werden sie wieder sauber. Der hat so spezielles Sprühmittel an den Seiten. Davon werden sie wieder normal. Oh man. Hoffentlich kollidieren. Knapp, knapp. Ja, ich weiß. Die ersten Level sind ein bisschen untricky. Das wird später noch kompliziert. Oh, ist das kompliziert? So viel können wir euch verraten. Also, dranbleiben. Und wir sind schon so gut wie im Ziel. Tuff, 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 tuff. Und er biegt in die Zielkarte ein und... Yeah. Das war Apple Gun. Funnels. Und wie wäre es mit einem Tunnel? Hm. Mal sehen. Kommt drauf an. Können wir uns überlegen. Wir fahren raus. Du fährst rein, es wird dunkel. Du kommst raus. Ge-Failed. Du schlägst raus. Du schlägst raus. Du schlägst raus. Du schlägst raus. Also, wir haben gerade ge-Failed. Ihr habt gerade weggeguckt. Ihr wart gerade auf Toilette. Ich denke euch was aus. Ach so, hier! Ich hab gedacht, da ist Finish. Ich verwechsel mal statt mit Finish. Naja, scheißegal. Das passt. Oh? Was? Er hat's hingekriegt. So, mal gucken. Nee, so geht's nicht. Jetzt hab ich ein bisschen gerade. Ah, verdammt. Ist gut, wir sind hier nicht in Tetris, danke. Bei Tetris muss man immer auch Sachen drehen. Also lass mich. Radiator. Messy. Messy. Ah, da ist der Rest der Strecke. So. Ist gut, ist gut. Und wir fahren wieder tuff, tuff, tuff mit unserem... Very difficult. Messy. Go slowly. Ah, nee, das war das. Da müssen wir ganz langsam fahren. Ach stimmt, das war das mit dem großen, lösen Auto. Nee, wir wissen gar nicht, was los ist. Das ist kein Nazi-Zug, das ist ein St. Pauli-Zug. Ja und? Was ist der Unterschied? Ähm... Dir ist klar, dass da auch St. Pauli-Fans vielleicht zugucken könnten? Das wäre leicht kontraproduktiv für dich. Und dein Image? Definitiv. Ja gut, tut mir leid. Nimm's zurück. Ich nehme zurück, dass St. Pauli-Fans und Nazis das Gleiche. So hast du es zwar nicht ausgedrückt, aber... Von der Bedeutung her stimmt's. Was? Äh... Zurücknahme. Ja, okay, ja. Ihr akzeptiert das jetzt, okay? Oh, tricky tricky. Wir können nur in diesen Tunnel, dann kommen wir aus diesem Tunnel raus. Wir können nur in diesen Tunnel, dann kommen wir aus diesem Tunnel raus. Aus diesem Tunnel können wir nur hier lang fahren. In den blauen Tunnel. Aus diesem Tunnel können wir nur in den blauen Tunnel fahren. Aus dem blauen Tunnel können wir nur in den grünen Tunnel fahren. Von dem grünen Tunnel können wir nur ins Ziel fahren. Wo ist der Zug? Da ist der Zug! Im Tunnel! Da ist der Zug! Wo ist der Zug? Da ist der Zug! Wo ist der Zug? Da ist der Zug! Also, Cargo Trouble. Achso. Okay. Das ist ein langer Zug. Das ist ja mir das Grins. Scheiße, ist ja... Also, jetzt lassen wir die Zug. Was sollen wir tun? Ah, da unten geht's noch weiter, okay. Du musst hier, da unten gerade raus. Nein, 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 den letzten nicht, den letzten musst du nicht. Ah, stimmt, da geht's ja hier hoch und hier gezogen, dann fahren wir ja im Kreis. Clever gelöst, Watson. Wieso bin ich Watson und du Holmes? Weil Holmes cool ist. Ja, und? Ja, und wer sagt denn, dass du hier cooler bist? Ahhhh... Oh fuck... Oh fuck... Ahhhh... 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 Passt. Nein, so passt nicht mehr. Ahhhh... Passt. Ahhhh, so, so, ja. Ahhhh... Passt. Ahhhh, so, so, ja. Ja. So. Schichtstrecke. Weißt du, wie sehr mich das juckt? Null. Schade. Ah, so... Definitiv. Ah, ist es richtig? Ja, es ist nicht. Ja. Doch, es ist nicht. Ja, es ist... Aha, das ist ein nötiges Level. Rock'n'Roll! A Rope Walkway. Ah ja, ich verstehe. Wir müssen oben rum. Oder? Würde ich jetzt mal sagen. Sonst wäre es nicht andersrum. Mhm, wir fahren hier weiter. Drehen das schon rum. Nein, du musst hier rum. Hier ist noch falsch. Wir müssen unten rum. Wir fahren unten rum. Mhm. Wir sind falsch. Definitiv. Fahne hier rum? Ich hier rum. Wo? Hier oben rum. Den oben rum, genau. Genau. Definitiv. Nein, der war richtig. Den da noch. Und den letzten noch. Nein! Ah, bingo! We got it. No, I got it. Du hast nur geklickt. Das wissen die aber nicht. Und das hat erzählt ich sie eben doch. Doch. Geht dir offenbar nicht bitten. Sicher. Start. Also hier fährt auch immer so. Hm. Es passt, du musst nur den ändern. Es ist richtig. Ja. Nee, es ist falsch. Was ist richtig? Kriegst du Schläge. Och. Jetzt hab ich immer Angst. Siehst du, passt. Guckst du. Gut gelöst. What? Ich will mal runterfahren. Das schaff ich jetzt alleine. Gut, ich hab mich so mal raus. Noob. Also jetzt schaff ich dir das nichts helfen. Er fährt hier. Ach so, er fährt da. Er kann ja nicht spielen. Merkst du was? Halt's Maul. Was labberst du? Also er fährt. Also ich weiß wie's geht. Halt's Maul. Ich schaff das alleine. Ich bin gut genug. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Nur fährst du grad totalen Scheiß zusammen? Äh, nein. Wenn das nicht klappt. Spiel. Das klappt nicht. Du fährst hier unten raus. Nein. Scheiße. Ich weiß wie's geht. Ja dann mach du's. Gegenüber nach! Guck, kluck, 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 kluck! Stimm, kluck, kluck! Kuck, kluck, kluck! Den einen hab' ich vergessen! 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 Jetzt bin ich wieder dran! Also er fährt hier lang, er fährt da lang. Nein, er fährt da lang. Doch, er fährt da lang. Guck, er fährt so lang, er fährt so lang, er fährt so lang, er fährt so lang, er fährt in Stil. Fährt er nicht, er fährt hier raus. Wo? Hier oben drin. Um drin. Nein, scheiße. Aber diesmal machen wir das hier ganz spannend. Wir machen es auf langsam. Dann sparen wir somit wertvolle Zeit. Hier oben rum. Nein, 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 du musst den hier oben drehen. Den da, genau. Den hier. Passt. Gott sei Dank. Jesus Christ. Was labbelst du mit Jesus? Ich würde schätzen... Erstmal geradeaus. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir machen es weiter oder machen einen Cut. In welchem Sinne jetzt? Äh, wir machen die Folge weiter oder wir stoppen die Folge und machen dann die nächste Folge? Wir stoppen die Folge und machen dann die nächste. Also, tschüss Leute. Tschau, bis zur nächsten Folge. Tschau, bis zur nächsten Folge. 2, 3, 4 ... 5, 5 ... 5, 6 ... 6, 7 ... 1, 2, 1. Vielen Dank.